Hallo und herzlich willkommen zum Abstimm-Video zum Familien-Contest 2.0. Ja, hier seht ihr auch schon die Familien, die zur Auswahl stehen. Und zu denen gibt es jetzt folgendes zu sagen. Jeder dieser sieben Familien bekommt eine Nummer von mir zugewiesen, damit das Abstimm später leichter fällt. Ja, fangen wir einfach mal an. Haushalt 1, das wäre der Haushalt Naturwunder. Nummer 2, der Joné-Haushalt. Nummer 3, Haushalt ewiglich. Der vierte Haushalt wäre der Zwillingshaushalt. Nummer 5, der Haushalt Partylöwen. Clara Hudson hat die Nummer 6. Haushalt Thoom hat die Nummer 7. Und Familie 8 wäre dann noch die Familie Diesel. Ja, der Abstimmzeitraum. Ihr habt jetzt Zeit abzustimmen vom 25.06.2013 bis zum 29.06.2013. Da werde ich dann auch schon Schluss machen. Sobald Samstag ist, ist es aus und vorbei. Da sind die Leitungen geschlossen. Nein, Quatsch. Aber da werde ich dann die Stimmen auszählen und das Bekanntgabe-Video vorbereiten. Deswegen kann ich keine anderen Stimmen mehr mit reinnehmen. Und wo wir schon bei Stimmen sind. Jeder hat zwei Stimmen diesmal zur Verfügung. Ja, letztes Mal durftet ihr ja nur für eine Familie abstimmen, aber zuordnen, in welche Nachbarschaft diese kommt. Das ist diesmal anders. Ihr habt diesmal zwei Stimmen. Könnt euch also zwei Familien aussuchen. Ihr müsst euch nicht für eine entscheiden. Jedoch wird später sowieso nur eine gespielt. Das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ihr müsst nicht hier die Qual der Wahl haben. Die anderen werden dann einfach für euch mitentscheiden. Und was auch anders ist, diesmal könnt ihr euch die Nachbarschaft nicht aussuchen. Die habe ich nämlich schon festgelegt. Es wird Isla Paradiso werden. Da wir dann ab nächster Woche in das LP mit dieser Familie starten werden. Und was auch noch besonders ist, diese Familie zieht ohne finanzielle Hilfsmittel in diese Nachbarschaft. Das heißt, die wird kein super pompöses Haus von mir gebaut bekommen, sondern wir werden sie einfach mal ohne Schieds in diese weite Welt entlassen und gucken, wie das Ganze so läuft. Ja, aber wie soll die Abstimmung eigentlich laufen? Die Abstimmung sollte so aussehen. Hier bekommt ihr jetzt ein Beispiel von mir. Und zwar, ihr schreibt wieder davor meine Stimme, damit ich weiß, hey, das ist euer Vote und nichts anderes. Und dann schreibt ihr einfach den Namen des Haushalts oder die Nummer, wie hier Haushalt 2. Das wäre zum Beispiel der Haushalt Joné. Dann schreibt ihr noch ein Und oder ein Plus dazwischen und nennt euren zweiten Haushalt. In diesem Fall wäre das dann Haushalt 6. Das ist dann Clara Hudson. Und ja, dann hier noch ein zweites Beispiel. Meine Stimme Haushalt 7. Das wäre der Haushalt zu. Und oder Plus XY Haushalt 3. Das wäre dann der Haushalt ewiglich. Ja, wer mehr als zwei Stimmen abgibt, dessen Vote erhält keine Wertung. Das heißt mal wieder, ihr schreibt hier einfach nur meine Stimme ein, eure zwei Haushalte. Und gut, es sehe ich mehrere Kommentare von euch, wo alles kreuz und quer steht und ihr euch nicht entscheiden könnt, hey, nehme ich den oder nehme ich den. Diese Votes werden komplett rausgenommen und keine eurer Stimmen zählt. Weil die Arbeit mache ich mir dann nicht, da zehnmal zu überlegen, hey, will er jetzt das oder will er das und wie hat er das jetzt gemeint. Entscheidet euch einfach, müsst nicht sofort abstimmen. Ihr habt ja immerhin bis zum 29. Zeit. Und ja, so läuft das Ganze dann. Hier seht ihr nochmal die Familien, die zur Auswahl stehen. Ihr könnt natürlich auch nochmal, wenn ihr euch nicht sicher seid, in dieser Playlist nachschauen, das Erstellen und Bauen der Download-Familien und deren Häuser. Da sind alle Familien wirklich nochmal aufgelistet. Und ihr könnt euch wirklich genau angucken, hey, wie war die Familie, was hat die für eine Geschichte. Will ich das sehen, will ich es nicht, was ist spannender. Und ja, guckt euch einfach um, stimmt dann genau unter diesem Video hier ab. Das ist auch noch wichtig, die Stimmen unter diesem Video zählen und unter keinem anderen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein frohes Abstimmen und bis dann.